Musik Ich mag Filmaufnahmen, die im Dunkeln erstellt wurden, also wenig Licht, Lowlight. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Kamera, weil wenn ein Sensor dann ein bisschen mehr packt, fängt es an zu rauschen. Man muss dann eventuell noch ein bisschen nachbearbeiten, aber gut, irgendwo kommt eine ganz besondere Stimmung raus und das habe ich an dem Abend versucht. Die Aufnahmen außerhalb des Rollers, also ich bin auch ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe ich mit meiner Sony AX100 aufgenommen. Ja, da ist halt wirklich der Sensor extrem nicht stark. Das merkt man dann schon zum Unterschied zu einer GoPro. Musik So Roland, das ist eine Zündab, die du da hast, aus welchem Jahr? 74, gell? 75, 75. 75. Ja, ja, 75. Ich hoffe, ich bin gerade 50 Jahre alt. Was macht das? Dunkler. Den habe ich beim Edi seinem Geburtstag gesehen. Ja, ja. Da musst du mal bitte vorbeifahren, die Heimat. Wo wolltest du, Helmut? Ach, Helmut bin ich und da ist noch einer. Ich verwechsel dich immer, das ist anders. Ja, Leonholt und Helmut, ich verwechsel die Nomen immer. Offiziell? Offiziell. Sehr gut, klasse. Und Verbrauch, schätzt du? 8,5 Liter. Sauber. Mein Kompliment. Dann sind wir im Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Danke fürs Zuhören und Zusehen. Bleibt alle gesund und Tschüss.